Herzlich Willkommen zu einem neuen Commander Müller und diesmal sind wir im wunderschönen Die Mir, also im blau-schwarzen Deck und was ist nicht schöner als ein blau-schwarzes Deck mit einem Zombie zu starten und zwar mit Grim Grim, der Korpsborn, der folgende Fähigkeiten hat, er kommt getappt ins Spiel und immer dann, wenn ich eine Kreatur opfere, wird er enttappt und bekommt einen 1-1-Counter und das ist aber noch nicht einmal das Beste, das Beste ist immer wenn er angreift, Vielleicht muss der gegnerische Spieler eine Kreatur, also nicht, muss der Kreatur von einer Kreatur Abschied nehmen, weil wir zerstören sie und wir kriegen noch einen weiteren Counter, sprich Grim Grim greift für 7 an in der Regel, denn wir sacken eine Creature um, ihn zu enttappen, 6-6 und dann greifen wir nochmal an und dann bekommt er noch einen Counter und dann ist er eine 7-7. Vorausgesetzt der Gegner hat eine Kreatur, aber wir werden natürlich nur Leute angreifen, die eine Kreatur haben. Ja gut und das restliche Deck ist nicht wirklich um ihn herum gebaut, haha natürlich, weil anders funktioniert es nicht, daher starten wir gleich einmal mit Empty the Pits, einer Delph Karte, bei der wir X-2-2 Zombie Kreaturen Tokens bekommen, wobei X, Doppel X und 4 schwarze Mana ist und er hat Delph. Ich habe es bisher noch nicht geschafft, mit dieser Karte wirklich viele Zombies zu kriegen, aber ja, ich meine irgendjemand wird diese Karte doch wirklich so stark benutzen können, dass sie wirklich gut ist. Ich kann mich erinnern, vor vielen, vielen, vielen Monaten habe ich einmal in einem Cards of Tarkir Ding D gezogen und habe, glaube ich, 6 Zombies oder so zusammengebracht, das war das allergrößte und 6 Zombies waren Wahnsinn. Ja, dann haben wir X-Ingregate, each opponent loses X-Life, you gain life equal to the lost his way, das ist eigentlich eine Karte, die wir das letzte Mal auch hatten, Black Sun Sinit und Blue Sun Sinit, Treasure Cruise, Solid Lot of Secrets, ein Mill-General normalerweise, also wenn man ihn verwendet, spielt man ihn als General, hier kein General, eine 5-5 fliegend, die aber anstatt dass sie Schaden macht, millt. Dann haben wir Vrexial, The Risen Deep, Island Walk, Swampog und wenn immer, also whenever Vrexial, The Risen Deep, deals Combat, I'm a sure player, blablabla, you may cast Targeted Incendous Sorcerer from the player Graveyard without paying its mana cost, if the card would be engraved at this, dann excel it instead. Eine recht ganz lustige Karte, dann Silungar, den alten Silungar von Fate Reforged, Sorin Markov, die Soul of Inistrad, den Kukushu, Grave Titan, Wound Reflection, Tarsigus Cruelty, Time Spiral, alles Karten, die ich schon benutzt habe, CDC, also die Dragons of Tarki CDC, Sanguine Blood, sonst würden wir sie nicht spielen können. Also, Sanguine Blood, Liliana Vess, Indulgent Tormentor, Dictal of Erebos, Archwind of Depravity, Exquisite Blood, Endrix Saar, der sehr gut mit Grimmgrin zusammenpasst, Wheelbreaker, übrigens eine von den neuen Origins Karten, die ich sehr, sehr stark halte, Prognostic Sphinx, Dreamhalls, die cool ist, Whip of Erebos, Leading of the Dark Realms, Top of the Spy Network, ebenfalls eine neue Karte, Chase Sanctum, ebenfalls eine neue Karte, Darksteel Ingot, Ashiok, Underworld Dreams, Phyrexian Arena, Tainted Remedy, Witherbones, Capsize, Days Undoing. In einem Spiel, das ich schon gespielt habe, habe ich Days Undoing richtig, richtig, richtig hart casten können. Also eine ganz, ganz coole Karte. Nicht die Karte, die man sich erwartet hat, weil viele Leute haben sich ja mit der Karte Dinge erwartet für Constructed, also für Competitive Constructed. Ja, das war es nicht, oder das ist sie bisher noch nicht, aber sie ist im EDA umso cooler. Der Jason Skalker. Dann Swiftfoot Boots, die Baleful Strix, Sig River Cutthroat, Dimir Guildmage, Sinyblood, Cyclonic Rift, Solring, Grindstone, Expedition Map, Tenacious Deed, Sleight of Hand, Preordain und Brainstorm. Dann von den Ländern her, Watery Grave, Underground Sea, Underground River, Terramorphic Exports, Tainted Isle, dann viele Swamp, Stripman, Shiso, die eine legendären Kreatur 4 gibt, was mit dem Sadek ganz cool ist. Rupture Spire, Reliquary Tower, Polluted Delta, Oberpalace, Mischos Factory, Jwar Isle Refuge, dann Islands, Fairy Conclave, Evolving Wild, Drown Catacomb, Dismissal, Blackwater, Dimir Guildgate, Dimir Aqueduct, Dark Slick Shores, Crypt of Agardine, Command Tower, Bokuya Bog und Bad River. Alles in allem ein, würde ich mal sagen, konservatives blau-schwarzes Deck, das ich nicht schlecht finde, es ist jetzt nicht das über-drüber-Deck, das muss ich auch sagen, aber ich bin persönlich auch kein großer Freund von blau-schwarz, also jetzt von Dimir im Commander. Ich persönlich spiele da lieber eine Farbe dazu, ob das jetzt einfach rot ist oder ob das weiß ist oder ob das jetzt grün ist, ist eigentlich einerlei. Ja, das ist irgendwie so eine Sache, da muss man sich dann entscheiden, auf was man hinaus will, aber ich finde persönlich, egal ob es jetzt Esper, Sultai oder Grixis ist, es ist immer besser als blau-schwarz, weil blau-schwarz finde ich irgendwie ein bisschen langweilig. Nächste Woche gibt es dann ganz toll den Gott, der Phenax heißt und der Mild, der in dem Deck so gar nicht hineinpasst, wieso auch gar nicht drinnen ist, was auch was eher selten ist, ist, dass ich in dem Deck nicht die Götter selber auch spiele, weil das ist bisher eigentlich jedes Mal gewesen. Ja, viel Spaß beim Spiel und wir hören uns dann, wie immer, am Ende. So, da leh, da ist wohl, habe ich gewonnen, finde ich mal sehr gut. Na, ich werde beginnen natürlich. Ich habe ehrlich gesagt noch nie auf nicht beginnen geklickt, also von dem her weiß ich nicht einmal, was dann passiert. Ja, das ist leider keine kippbare Hand. Die ist auch noch für sich nicht so schlecht. Ich glaube, die werde ich kippen. Das Undoing ist halt eine urleiwende Karte. Und wir starten mit dem, diesmal ist ja Blackwater. Also, das Undoing ist so eine ganz nette Karte, eben von Origins. Hat ja kurz den Anschein, also einige Leute meinten ja, dass das die ultra coole Constructed Karte wird und dass das ganz, ganz super ist und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt tatsächlich ein einziges Deck gesehen, wo die wirklich gut gespielt war. Das war von Geberowitsch Benjamin, sein Burn-Deck. Und das war sie richtig cool, also coole Idee von ihm. Aber ich glaube, so ist das halt wirklich eine typische Commander-Karte. Und ich weiß nicht, ich klick dauernd auf F6 und es passiert nichts. Ich hasse das manchmal. Schon wieder. Immer dieses ewige... Dieses ewige Herumtun. So, jetzt wäre es an und für sich relativ sinnvoll, wenn man ein Land nachzieht. Passiert nicht, dann muss ich wohl den Spokuja Borg spielen. Ist insofern jetzt auch nicht so dramatisch, weil ich entferne, dass eine Grasslands und Sache erledigt. Und dann gebe ich das schon wieder weiter. Moth and Hydra, also der geht es wieder an. Ist eine coole Karte. Also ich kann mich noch erinnern, ich habe diese Karte sogar vor vielen, vielen, vielen Jahren mal aus einem Booster aufgemacht und fand die unglaublich cool. Und wenn man darf ja nicht vergessen, ich habe ja zu dem Zeitpunkt rein casual gespielt und da ist die Moth and Hydra schon eine ziemlich coole Karte. Also, die macht schon ziemlich viel Spaß, weil sie halt einfach relativ schnell dann groß wird. Und wenn sie dann mal groß ist, dann kommt der große Twist an der ganzen Geschichte. Dann bringt man halt einfach alle Kreaturen um. Also nicht alle Kreaturen, aber eine oder den Gegner. Das ist schon ganz gut. Wenn ich jetzt kein Land sehe, werde ich das Undoing spielen. Oder, ja, das reicht mir eigentlich auch schon. Dann werden wir das On Top spielen und das brauchen wir nicht so dringend. Vor allem, weil wir es sowieso am Fetschen werden. Also von dem her relativ sinnlos, obwohl wir hätten die sogar gezogen. Bad River, die in der Terrence Nielsen Variante. Das ist ja die Original Variante, die John Avan Variante, eben aus, wenn ich mich nicht recht tatsch, Marriage, also Mirage. Und das ist, glaube ich, eine neuere. Und die ist hübsch. Und wieso hat der 23, das ist eine 23, 23. Klingt fair. Klingt nach einer richtig fairen Karte, die mal richtig hart uns dann ein bisschen erwischen wird. Aber in der Regel dauert das nicht so lange und wir haben unsere Ruhe. Weil irgendjemand zerstört die in der Regel sehr schnell. Wir sollten aber am besten irgendetwas ziehen, sodass wir eine Kreatur legen können. Also am besten eine Kreatur oder eine andere Sache. Wenn er uns angreift, können wir auch noch riften. Das ist halt auch eine Möglichkeit. So, dann machen wir es mal so. Also ich hole mir jetzt eine Underground Sea. Dann spiele ich da die Expedition Map. Und dann sage ich Go. Wir haben jetzt eben das Cyclonic Rift. Und falls er uns angreift, dass wir den wieder zurück auf die Hand geben. Falls er uns nicht angreift, falls er Wuburg angreift, lassen wir es. Und wir cracken die Expedition Map, um unser fünftes Mana zu bekommen. Um dann unseren indalschen Thermant zu spielen. Also das wäre so der Plan für die nächste Zeit. Also er geht mal auf 22, 22 runter. Und der Vorteil ist halt, dass er den dann nicht mehr spielen kann. Und ich ihn dann schön reinmischen kann, falls das passieren sollte. Wenn er mit dem Wuburg angreift, ist es mir wurscht. Also logischerweise. Und wir mischen dann den Cyclonic Rift wieder in die Bibliothek hinein. Mal schauen wir halt einfach, ob er angreift. Vielleicht greift er gar nicht an. Ich meine, er muss ja nichts ein. Es zwingt ja niemanden anzugreifen. Okay. Attacke. Und, und, und. Kräft nicht mich an. Sehr gut. Sehr gut. Damit erspare ich mir das Cyclonic Rift. Und vielleicht Wuburg macht was. Finde ich gut. Finde ich gut. Natürlich, weil die, der intelligentere Play wäre gewesen, dass wir die, dass wir die, also mit dem Bad River die Watery Grave holen, das getappt ins Spiel bringen, und mit der Expedition Map dann... Und mit der Expedition Map dann... Okay. Okay. Ja, und hätten wir also Expedition Map, Watery Grave, dann hätten wir uns wahrscheinlich die zwei Leben erspart, die wir jetzt zahlen müssen, um den Indulgen Tormenter zu spielen, falls wir kein Land nachziehen. Falls wir ein Land nachziehen, ist das egal. Okay. Damit kommt jetzt der Damage Step. Und damit ist der Ramseeker tot. Finde ich fair. Finde ich sehr fair. Ein Lanova 11. Was spielt der nochmal für den Commander? Das wird aus... Aha, eine Säleva. Ja, die große Frage ist jetzt, ob wir eigentlich, also mit den fünf Mahnern Dreamhold spielen wollen. Dann den Silunga und das Top das Binary at Work und zu spielen. Das wäre eine Überlegung wert. Also mit Dreamholds und dann des Anduin können wir ziemlich viel aufs Feld propfen. Was vielleicht gar nicht so schlecht ist. Wäre eine Möglichkeit, also jetzt dann das fünfte Mahner zu holen. Und er bringt die Sliverqueen ins Feld. Andere Möglichkeit ist, und das glaube ich werde ich jetzt tun, das habe ich spontan, habe ich mich dazu entschlossen, dass wir das Top das Binary at Work spielen. Weil wir haben sonst kein Artefakt auf der Hand. Und mit dem Top das Binary at Work können wir intelligenterweise dann einen Token machen. Und dann haben wir zumindest ein Artefakt draußen und können halt sehr, sehr viele Top da und kriegen halt immer Top da. Und das ist glaube ich jetzt geschickter, als wenn ich die Expedition Map cracke. Vor allem, weil es momentan nicht so ausschaut, dass jetzt, wenn ich jetzt einen Turn, also wenn ich jetzt nicht erst Turn 7, das mit Dreamholds und des Anduin mache, dass das einmal für sich nicht viel schlechter ist. Und von dem her, glaube ich, werde ich das lieber so machen. Spitting Hydra. Ein Hydratech. Hydratechs sind momentan ziemlich cool. Also ich bin gerade an Hydratechs entdecken, weil ein guter Freund von mir ein Hydratech spielt und das finde ich eine coole Idee. Außerdem wäre eine große Überlegung, ob ich nicht einfach Days Undoing so spiele, dass ich Cyclonic Rift mit Overload mache, dann Days Undo, das ist glaube ich die intelligenteste Variante. Wenn ich einfach Days Undoing, Days Undoing sein lasse, okay, das wird wohl mein Top-to-Spy-Network, damit ist es egal. Ja, damit habe ich jetzt, also Days Undoing kann ich, Ah, Days Undoing Top-to-Spy-Network kann ich jetzt einmal vergessen. Ist nicht so dramatisch, denn die Idee Days Undoing und Cyclonic Rift gefällt mir ehrlich gesagt viel besser. Und Tarsigus Cruelty werde ich wahrscheinlich eher reinwerfen in das Stream-Halls. Momentan würde ich so spielen, dass ich den Zielung gar, also für den Zielung gar würde ich Cap-Size und für den Irgendalschen Termin der Tarsigus Cruelty die Discarden. So würde ich das momentan machen. Und das würde ich halt tatsächlich erst spielen, wenn ich halt 7, 9 Mana habe, 7, 10 Mana habe, was nach der Zeit dauert, aber dann würde ich das Spiel halt einfach gewinnen. So, jetzt bin ich dran. Und ich habe leider Gottes kein Land nachgezogen. Das heißt, es verzögert sich wieder um eine Runde. Halb so schlimm. Ich bin Slay of Hand. Um ein Land nachzuziehen. Und dann werden wir natürlich das da auf die Hand und das da und der Bottom spielen. Das werden wir auch gleich spielen. Polluted Delta. Da zahlen wir mal das Leben. Bringen die Water Regrave. Nein, möchte ich nicht. Dann habe ich noch 3. Das ist voll okay. Und dann wäre ich schon wieder fertig. Ja, und dann halt jetzt Streamhalls. Und wenn Streamhalls draußen ist, brauche ich eigentlich keine... Also brauche ich eigentlich theoretisch gar keine... Also keine 8 Mana mehr, sondern dann brauche ich eine blaue Karte und ein... Und 7 Mana. Dadurch, dass ich jetzt schon 5, 6 Mana habe, sollte das nicht unmöglich sein. Und vor allem kann ich Cyclonic Rift End of Turn machen. Was nicht so relevant ist, aber... Ich habe dann halt einen riesen Vorteil gegen ihnen. Weil ich habe halt einfach einen Antalch und Däumten Asylum gehabt. Und dann einen Grim Grim. Grim Grim. Der halt nichts tut mir auf der Hand. Darum habe ich ihn noch immer nicht gecastet, weil der tut halt gar nichts. Mal abgesehen davon, dass ich halt jetzt mein 5. Mana habe. Ja, und jetzt wird er wahrscheinlich angreifen. Oder? Nein. Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist, dass ich wirklich also relativ unterm Radar momentan herumfliege. Das finde ich ganz gut. Wiredwood, Symbiont, okay. Mist, okay. Also, es sind halt alles so Schachen, die schrecken mich nicht, weil ich halt mit Rift halt im Grunde genommen, er muss halt dann wahnsinnig viel skaden. Oder er muss dann gar nichts skaden, sondern in Wahrheit sitze ich dann da, und spielt zuerst der Clonic Rift, dann Days Undo, und dann ziehen sie sieben neue Karten und haben einfach keinen, haben zwar eine volle Hand wieder, aber die volle Hand hatten sie trotzdem. Und damit taugt mir das eigentlich, je länger das Spiel andauert, umso besser kann ich das dann einfach steuern. Während die sich offensichtlich selber zerfleischen, was auch keine schlechte Sache ist für mich. Also, man muss schon explosiv unterwegs sein und dann Chack einfach immer und dann zeigen. So, Dax-Klick-Chance. Wieso habe ich jetzt gerade eine Karte gezogen? Ach, wegen Palae. Hat drei Mana, weil... Ja, das ist auch sowas, was mich halt auch nicht so wirklich schreckt, weil es ist halt, ja, wie gesagt, nochmal, ich habe Cyclonic Rift, ich habe sechs Mana, sieben Mana. So, jetzt ist es ein Ende. Okay. Und der hat einen Sleever. der halt momentan eher gar nichts tut. Außer, dass er Sleever produziert, also, dass er eben mehr Sleever hat. So. Und was soll ich jetzt machen? Nein, den Garuk. Den teuren Garuk. Ich bin kein großer Fan dieses Garuks, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, mir gefällt der erste Garuk, also der aus Lorwin am allerbesten. Der ist so eine, ja, ich meine, okay. Hm, ja, mei. Ich habe ihn als Kartendraw-Maschine benutzt, 14 Karten. Finde ich mutig bei einem Mana. Also, muss man schon sagen, da will jemand viel Discarden. Was ja nicht zu dramatisch ist, aber, ich meine, okay. Also, Land, jetzt hat er zwei Mana. Vielleicht hat er den Sleever, so, da werden wir die Expedition-Map in der Zwischenzeit einmal cracken, sonst vergesse ich das noch. So, und was hole ich mir? Welches Land? Ich hole mir eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich hole mir den Temple of the Fallscout. Und der kriegt eine Hydra, und der kriegt eine... Ist okay. So, jetzt wird es Zeit, dass wir das Spiel ein bisschen lustiger gestalten. jetzt muss er jetzt... Ja, das ist ein Planeswalker-Tag. Den finde ich ja... Also, den finde ich... Also, er ist... Der... Der Wildspeaker, der ist es, den meine ich. Dient, finde ich ja, in einem Commander-Deck fragwürdig. Bin ich ganz ehrlich. Okay, wir haben Temple. Zwei, drei, drei, rot. Dreamhalls. Gut, dann casten wir dem da mir für das Cap Size. Kann ich das eigentlich overloaden? Nein. Das kann ich nur normal. Und den da... Tasticus Cruelty. Okay. Und dann gebe ich das... Den Zug einfach ab. Und sollte eigentlich... Also, wenn ich eigentlich... Wenn ich jetzt eine blaue Karte ziehe, bin ich gut im Geschäft. Bin ich gut im Geschäft. Aber Silunga macht halt auch unendlich viel Singen jetzt. Ja, jetzt... Das ist halt das Lustige. Jetzt können die Leute... Also, man kann jetzt einfach mit discaden und das bringt halt ziemlich viel. Sagen wir mal so, es wird jetzt jeder seine Hand leer spielen und das ist der Sinn der ganzen Geschichte. Jeder soll jetzt seine Hand leer spielen, sodass er, wenn ich das Cyclonic Rift caste und das Days and Doing caste, den ultimativen Fehler hat. Ich darf nur nicht vergessen, dass ich zuerst Cyclonic Rift caste und dann Days and Doing. Dann hat jeder eine Runde Zeit, dass er wieder das Spiel... Also, dass er wieder ins Spiel kommt mit den sieben Karten. Schafft er das nicht, ist das Spiel halt zu Ende. Habe ich gewonnen. Oder sollte ich... Sollte ich... Gewinnen. Ich meine, der Indulgent Torment, der ist halt super. Da ist es auch selten. Ich meine... Vielleicht habe ich tatsächlich mal das Glück... Glück... So, jetzt sind wir enttappt. Und jetzt kann ich das dann noch einmal machen. Also, ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf... Oh, das ist gut. Sadek. Das ist damit... Gehe ich jetzt tatsächlich... Also, das Ganze zum Laufen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Geht sich nicht ganz aus. Weil ich Sadek ehrlich gesagt normal cast. Gerne normal casten würde, weil der gut ist in dem Fall. Geht sich nicht ganz aus. Ja, das ist irrelevant. Irgendwie interessant, was er nochmal macht. Ich finde gut, wenn er es nochmal macht. Und ich dann irgendeine blaue Karte habe, die ich halt nicht umgehe. Die ich halt ungern... auswerfe. Unravel the ether. Okay. Finde ich jetzt, ehrlich gesagt, nicht so die... Also, warum er das macht, oder hat er... Weil... Ich hätte das halt gemacht... Wenn ich ganz ehrlich bin... Nachdem ich dran gewesen bin. Aber okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das heißt, es dauert dann noch ein bisschen, dass ich halt einfach das Cyclonic Rift und das Days and Twins spielen kann. Stört mich auch nicht so. Also... Dadurch, dass das alles minus eins, minus eins Kreaturen sind... Also, der Großteil... Kriege ich da relativ viel Lobe weg. Und stattdessen werde ich halt jetzt einfach... Oh, MTD Pits. Nice. Schade, dass das Ding nicht mehr da ist, weil dann hätte ich jetzt den MTD Pits für den Sadeg reinwerfen können. Aber ja, ich meine, das sind jetzt irrelevante Sachen. Irrelevante Gedanken. Ist halt jetzt nicht mehr so. Ich habe nur noch ein Land gezogen. Okay. Also, ich habe nur noch ein Land gezogen. Ich habe nur noch ein Land gezogen. Ich habe immer noch ein Land gezogen. Ich habe nur noch ein Land gezogen. Ich habe noch nicht mehr da, wenn ich jetzt in der Nacht gezogen. Das ist ein Land. Vielen Dank. Noch ein Land. Okay. Und dann kommt der. Und dann wird der wieder eintoppt. Exsanguinate. Jaja, da passiert jetzt viel gerade. 60 Leben. Wie hat der bitte 20 Leben bekommen? Da habe ich jetzt nicht aufgepasst und der hat plötzlich 60 Leben. Wie hat denn der wirklich 60 Leben bekommen? Wie bekommt der? Ah, okay. Und du bekommst 1 Leben. Okay. Na gut, das wird sicher noch dauern. Also das wird jetzt kein so ein unklarer Stack, sondern das wird einfach dauern. Die langweiligsten Sachen sind die, wo dann einer mit sich selber spielt. Also an Revel the Aether ärgert mich ein bisschen, weil das wäre also mich jetzt halt so richtig der Overkill und irgendwie muss ich das Cyclonic Rift halt jetzt dann langsam spielen, weil der wird zu stark. Der wird eindeutig zu stark. Der wird eindeutig zu stark. Der führt ja keine Flieger, das ist zumindest auch was. Manacrypt. Nein, ich muss definitiv also jetzt irgendwas dann tun, weil ich dann… der hat zwölf Karten noch. Der hat einfach viel zu viel. Hm. Ugin, Ugin ist jetzt gar nicht so schlecht. Ich meine, es kostet mir meinen Seelung-Ground, meinen Indanischen Tormentor, aber dafür lädermals das Board. Wobei er es an und für sich für vier auch schon machen kann. Und ist für vier, ja, das finde ich nicht so schlecht. Aber das hilft im Grunde genommen in erster Linie mal uns beiden. Und der wird noch eines liefert. Na, der wird das, er schießt das auf den Rupert. Okay. Okay. Okay, Critus, you control. Aber alles egal. Das ist ziemlich wurscht. Die werden exiliert. Das ist absolut sinnloses Ding. Vier oder größer? X, four, less. Wie viel hat er denn gespielt? Wie viel war der Ugin? Ah, er hat minus sieben gemacht. Er wollte einfach wirklich ein Board-Buype machen. Okay. Okay. Ah, mei, das ist jetzt nicht so dramatisch. Und er wirft wieder weg und er haut alle Plains Walker runter. Ja, dann wird jetzt Zaldeck ins Spiel kommen. Und ein Land gezogen. Okay, ich habe einmal elf Karten auf der Hand. Das ist einseitig zu viel. Hauen wir den Underground River runter. Dann blau, schwarz, schwarz. Und da den da. Und dann höre ich auf und muss zwei Karten abwerfen. Das wird wohl der Swamp und die Island. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Passt. In der nächsten Runde kommt dann die Rupture Spire rein. Und dann schieße ich das DevStore raus. Und dann mache ich meine Taster. Okay. Finthorn älter. Okay, Finthorn älter. Hm, was kommt jetzt nach Lanova 11? Okay, also der baut sein Ding wieder auf. Okay. 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 Und dann kommt wieder der. Millen ist natürlich super, wenn man, also zehn Karten Millen bringt natürlich wahnsinnig viel. Sieben Mana, acht Mana. Traders Council. Ja, okay. Also er hat jetzt keine Maximum Hand Size. Aber das tut jetzt ehrlich gesagt auch nicht so weh. Und das geht dann. Passt. Ja. Hmm. Ja, wie mache ich das jetzt am geschichtesten? Nicht leicht, nicht leicht. Und was wird Raska zerstören? Die Swiftfoot Boots wahrscheinlich, den wir dann nämlich nicht erwischen können. Nein, meinen, okay. Meinem Sadek. Das gibt Schmerzen. Creatures without flying can't attack. Okay, das macht natürlich Sinn, weil ich dann der Einzige bin, der tatsächlich Sachen hat, wo irgendwelche Leute Kreaturen mit Flugfähigkeit haben. Das macht natürlich Sinn. Treasure Cruise. Wir legen ein Land. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Eigentlich könnten wir jetzt Treasure Cruisen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs und sieben. Zahlen wir eins für Treasure Cruise. Round Reflection, das ist eine nette Karte, die werde ich jetzt auch glaube ich spielen. Eins, also drei, vier, fünf. So, da muss ich eine Karte abwerfen und es wird, was wird's denn? Okay, das ist okay. Da, ich denke mal, wir werden Rupture Spire unterwerfen. Und da habe ich jetzt einen ganz netten Graveyard, würde ich sagen. Ja, und jetzt haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Zehntes Mana, elf, zwölftes Mana. Legen wir vielleicht einmal alle Mana runter, damit wir dann ein feines Exanguinade spielen können. Ground Catacomb, okay. Auch keine schlechte Sache. Dannpare uns jede Nichtper哎. Tag, bitte. Tag, bitte. Tag. Tag, bitte. Dannpare kann gartert das, drei, vier, vier�. Tag, bitte. Tag do вам einen Jur lunar. Tag, bitte. Tag, bitte. Tag, bitte. Tag, bitte. Untap Target Permanent und wir kriegen wieder ein Read the Bones, schlussendlich nicht so schlecht. Okay, A Mentor of the Meek. Momentan schaut es so aus, dass ich, wenn ich Exanguigate für zehn Spiele, dass ich zwar niemanden umbringe, aber jeden sehr empfindlich umbringe, weil jeder 20 Leben verliert. Aber wir werden trotzdem nicht das Exanguigate spielen, sondern wir werden trotz allem, so wie es ausschaut, den Plan mit Cyclonic Rift und Days Undoing weiterführen, weil der Moment dann einfach zu stark wird. Ah ja, da gibt es zu viel Mana und das ist nicht der Sinn der Sache. Wobei das Exanguigate jetzt wahrscheinlich noch eine Spur besser wäre, weil man weiß, ob ich es nachher noch ziehe. Ja, niemand hat Leben verloren und von dem her passiert da auch nichts. Aber wenn er den Flip verliert, dann verliert er sechs Leben. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und ein Archani. Klar, dass der jetzt die untere Fähigkeit macht, also die untere Plusfähigkeit. Hmm. Ja, jetzt ist der Nix-Anger-Gate. Chandra! Okay. Ja, der verliert damit auch etwas und damit hat er den riesen Nachteil, dass er zwei Leben verliert, weil Raum Deflection Halter das Bein hart ist. Okay. Und ein Aschjog. Wen milder mit Aschjog? Mich. Da ist ein Chesson Skalker dabei und was war sonst? Was war denn sonst drinnen außer... Upsa. Schauen wir, was sonst exiliert worden ist. Fairy Concrete und Urwog. Na ja, damit kann ich leben. Der Chesson Skalker ist natürlich ein bisschen bitter. Also wir spielen einmal die Drowned Catacomb. Die kommt ungetappt. Und dann... Schwarz, schwarz eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. X-Anger-Gate. Für acht einfach. Es sind 16 liegen. Ich sie dann verlieren und ich bekomme jetzt insgesamt mehr. Mehr. Damit bin ich der jetzt mit dem meisten Live-Total. Naja, passt. Ist doch fair, oder? Und ich muss wieder eine Karte diskarten. Und dann... Diesmal wird's... Diesmal wird's... Diesmal wird's die Daktlökshow. Let's ein. Vielen Dank. Es wäre jetzt sehr cool, wenn sich der Badex or Riot austappt und dafür sich ... Okay, ja, die ist ja ganz gut. Keiner hat Leben verloren, von dem ist es egal. Und ich kriege eine Prognostic Sphinx auf der Hand, die mir ziemlich wurscht ist. Er spielt einen Script Ranger, der kann attacken. Und damit ist jetzt der Z-Fire dran. Und ich kriege eine Crypt of Agadim, die jetzt ein bisschen lame ist, wenn man ganz ehrlich ist. Und ein Sorin Markov. Autsch! Sorin Markov, der ist ja ... werde ich wieder eine Runde ... länger warten. Vielleicht spiele ich jetzt Sorin Markov, read the bones. Wobei es geht nicht, ich muss ... ich muss auf Sensorin verzichten. Was ist da jetzt? Es bricht mir das Herz, aber ich muss auf ihn verzichten. Das bringt ihm so nichts. Der ist ... wenn man sich das Ganze mal so anschaut, der ist mittlerweile zu stark. Ich meine, klar ist jetzt, dass er mit der Vraska die Wound Reflection umbringen wird. Schätze ich einmal. Weil er ist nur auf 15. Okay, jetzt glaube ich, Aschjog und Markov zusammen sind halt doch eher zu gut, dass ich darauf verzichten möchte, also eher nicht. Eher nicht. Oder ... Momentan bin ich relativ sicher. Momentan halt. Ja, und jetzt macht er sich halt unendlich viel Mana. Genau. Ja, und jetzt ... ... ... ... ... ... Ah, schön, ein Counter, eine Art War, um sich möglichst rasch auszutappen. Typischer Stack. ... ... ... Vielen Dank. No, servas. Ich kann jetzt das Spiel beenden und wir werden es gleich wissen. Sun Titan, eher uninteressant. Kommt jetzt wieder eine Mirror Entity zurück. Ja. 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 Ja, nein, das geht anders nicht. Er hat halt glücklicherweise oder schlechterweise keine einzige Kreatur, die er angreifen kann. Also, solange Mode noch draußen ist, ist alles okay, aber sobald Mode nicht mehr draußen ist, ist es ganz, ganz schlecht für uns. Frage, ob er das Spiel halt jetzt beenden kann. Wenn er es beenden kann, Respekt, wenn er es nicht beenden kann, auch wurscht. Also, momentan bin ich da echt nicht sicher, ob es mir jetzt beenden kann. Aber natürlich fände ich es cool. Und Polucanus. Und da geht das wieder ab. Nicht schwach. Manamana, manamana machen. Ja. 62, 79. Ja. Ja, der ist jetzt sehr groß. Monstrosity X. Und ich glaube, jetzt wieder mal das ganze Board aufräumen. 35, 35 ist doch fein, oder? Also, 35 Schaden macht er jetzt mal, aber halt nur Creatures. Und dann kriegt er einen Token, was mich natürlich sehr freut. Also, mich freut das total. Vor allem, wenn er sitzt, wenn er den nicht enttappt, dann hat er halt ein ziemliches Pech. Wieso hat er dem da ... Also, das verstehe ich nicht, aber okay. Und jetzt macht er noch 21, es geht noch weiter. Aber er kann das Spiel nicht beenden. Ja, schade, dass ich den Sorin verliere. Der erhält halt jetzt super. So, Sorin, Cyclonic Rift, Days Undoing, Chuck, du bist tot. Spielt halt nicht. Okay. Jetzt hat er Mode, Mode Unraveled, hat aber lauter, oder? Hat aber, soviel ich sehe, keine Hailst. Also, die wenigsten, sprich ... Okay, der hat jetzt offensichtlich Conceded, was nicht der Sinn der Sache ist, weil das Spiel vielleicht noch lange nicht aus ist. Der Conceded auch. Okay. Ich Conceded nicht. Ich Conceded ganz ehrlich nicht, weil wenn er mich jetzt nicht umbringt, dann ... ist er wieder bei Null. Und er hat halt nur eine einzige Kreatur, mit der er angreifen kann. Von dem ist es mir halt wurscht. 69, 88. Das macht mir halt alles nichts. Im Gegenteil, wenn es jetzt blöd hergeht, dann ... Ja, also ... Ich meine, er kann mich jetzt totmilden, aber er zieht genauso Karten von dem her, und er hat nur noch 19. von dem her macht es mir halt am allerwenigsten. So, das werden wir ein bisschen kleiner stellen, damit wir auch die Karten sehen. Cool. Was macht er jetzt mit dem ganzen Mana? Okay. So hat er das gemacht. Hurricane. Passt. Na gut. Na gut, dann war's das jetzt. Schade. Kann man nichts machen. Hätte ich das bei Clonic Rift und Days and Do in einer Runde früher spielen müssen. Aber, ja, mein Gott, passiert halt. So, und da ist jetzt das Ende. Toll. Habe ich nicht gewonnen. Schade. Schade. Wie gesagt, ich bin, wie ich schon am Anfang erzählt habe, ich bin kein großer Freund von Blau-Schwarz und von dem her habe ich mir jetzt nicht so die riesen Ergebnisse erwartet. Und, ja, noch einmal nächste Woche gibt's Phenax oder nicht nächste, sondern in zwei Wochen gibt's dann Phenax und dann werden wir ins, also Rot-Schwarz spielen wir das nächste. Ist an und für sich, gibt's einige ganz coole Commander. Welcher da gespielt wird, verrate ich noch nicht. Und, ja, ich wünsche euch eine schöne Woche. Und, wie immer, zum Schluss sage ich folgendes, und zwar, wenn ihr dieses Video gemocht habt, gebt's einen Daumen nach oben. Wenn ihr die, also die restlichen Spielraum-Videos sehen wollt, sprich also die Draft-Serien, den Magic-Talk, die Deck-Tracks mit dem Patrick und dem Christopher oder dem Patrick und dem Waltl. Abonniert den Channel. Ihr werdet es nicht bereuen. Und, ja, wenn ihr sonst irgendwelche Fragen oder sonst irgendwas habt zu Commander, einfach unten in den Kommentaren hineinschreiben, kein Problem. Ich schau zumindest regelmäßig rein und beantworte auch Fragen. Also dann, schönen Tag noch. Ciao.